Hallo, ich bin Kathleen, die Trendreporterin im BetterPlace Lab. Das BetterPlace Lab ist die Forschungsabteilung der Spendenplattform betterplace.org und wir versuchen mithilfe von Analysen, Studien und Trendforschung herauszufinden, wie NGOs das Internet für ihre Arbeit besser nutzen können. Ich bin eure Social Media Expertin und werde euch in den folgenden Videos zeigen, wie ihr Facebook, Twitter, YouTube und Co. für die Kommunikation mit euren Unterstützern nutzen könnt. Es gibt wahnsinnig viele verschiedene Social Media Kanäle. Für jede NGO kann ein anderer Kanal wichtig sein, zum Beispiel Wissenschaftsplattformen oder Fußballforen, je nachdem, wer eure Unterstützer und eure Themen sind. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass ihr gleich euch zu Anfang Gedanken machen solltet, wer sind unsere Unterstützer und wo erreiche ich sie am besten? Denn jeder Social Media Kanal hat seinen eigenen Ton und seine eigene Community. Ihr habt es sicher schon gemerkt, eure Unterstützer, Mitarbeiter und Ehrenamtlichen sind alle in Social Media Kanälen unterwegs. Ein großes Beispiel dafür ist Facebook. Facebook ist eine der größten Social Media Plattformen in Deutschland, hat rund 27 Millionen Nutzer. Das sind nicht nur Studenten oder Schüler, sondern eine der zweitwichtigsten Nutzergruppen und die, die am stärksten wächst, sind die der Menschen ab 45 Jahren. Das hat auch eine Bedeutung für NGOs. Der Spendensoftwareanbieter Blackboard hat eine Umfrage dazu gemacht, wie eigentlich Spender ihren Organisationen via Social Media folgen und hat herausgefunden, dass rund 74 Prozent ihren Organisationen auf Facebook folgen und rund 22 Prozent sammeln sogar Spenden für ihre Organisationen via Facebook. Auch NGOs in Deutschland haben diesen Trend erkannt. Wir haben zusammen mit SAP eine Umfrage unter 300 gemeinnützigen Organisationen gemacht und sie gefragt, welche Kanäle nutzt ihr eigentlich für die Kommunikation mit euren Unterstützern? und 58 Prozent haben angegeben, dass sie Facebook als einen der wichtigsten Kanäle nutzen. Auch unser Online-Benchmarking des NGO-Meter zeigt, dass Facebook und Twitter für NGOs immer wichtiger werden. Vor allem sind sie wichtig als Verweisquelle auf die eigene Website. Wie können nun NGOs Social Media für ihre Arbeit nutzen? Im Folgenden möchte ich euch an Beispielen zeigen, dass Social Media gute Instrumente sind, um erstens kostenlos eure Unterstützer zu erreichen und zweitens in Echtzeit zu zeigen, woran genau ihr gerade arbeitet. Wir starten mit der Königsdisziplin der Social Media Kommunikation der Kampagne. Ich habe dazu ein Beispiel von Greenpeace Türkei mitgebracht. Unter dem Titel How big is yours? hat die Umweltschutzorganisation gegen den Fang von zu kleinen Fischen protestiert. Das Besondere an dieser Kampagne sind die Vielzahl an Kanälen, die eingebunden wurden. Gestartet ist die Kampagne mit einem ziemlich lustigen Video, wo sich ein Promi-Pärchen im Bett unter dem Titel How big is yours? über die Größe eines Fisches unterhält. Das fanden so viele Menschen so lustig, dass innerhalb von kürzester Zeit 5 Millionen Zuschauer auf dieses Video klickten. Und immer mehr haben sich für die Petition zum Thema Fischfang interessiert und sie über Facebook, Twitter und andere Kanäle wie zum Beispiel Foursquare an ihre Freunde weitergeleitet. Diese Aktion war so erfolgreich, dass innerhalb eines Tages 13.000 Faxe beim zuständigen Ministerium für Fischfang einliefen und insgesamt hat die Kampagne über 700.000 Menschen erreicht. How big is yours ist jetzt ein zurückliegendes Beispiel. Wer sich über aktuelle Kampagnen informieren möchte, der sollte unbedingt bei Greenpeace, Oxfam oder Amnesty International vorbeischauen. All diese Organisationen machen ziemlich viele sehr spannende Online-Kampagnen. Aber Social Media eignen sich ganz besonders auch für den Dialog mit den Unterstützern. Ein Beispiel ist eine Aktion von der Zeitung Die Zeit. Die haben unter dem Hashtag Frag Giovanni einen Dialog zwischen Zeitungsmacher und Lesern ermöglicht, in dem die Leser direkt an den Chefredakteur Giovanni Di Lorenzo Fragen richten konnten. Auch der WWF hat erkannt, wie wichtig der Dialog zwischen Unterstützern und Organisation ist und hat dafür extra eine Dialogseite eingerichtet, auf der man ganz unkompliziert und schnell Fragen stellen kann und diese auch ganz schnell beantwortet kriegt. Und einer der naheliegsten Gründe, Social Media zu nutzen, ist, dass man ganz einfach zeigen kann, wer man ist und seiner Arbeit dadurch ein Gesicht geben kann. Bei Better Place zum Beispiel haben wir ein extra eingerichtetes Facebook-Album für die Profilbilder unserer Mitarbeiter. Diese Beispiele zeigen, dass je nach NGO und je nach Thema verschiedene Kanäle relevant sein können. Ein Weg herauszufinden, welcher Kanal für deine NGO der richtige ist, ist erstmal genau hinzuhören, wo, wann und wie über dich im Netz gesprochen wird. Dabei kann dir die Social Media Suchmaschine Social Mention helfen. Wenn du da einfach mal den Namen deiner Organisation eingibst, kannst du sehen, wo ein Kommentar auf Flickr, Facebook oder Twitter über deine Organisation gemacht wurde. Auch ein regelmäßiger Google Alert ist zu empfehlen. Achtet hierbei darauf, dass ihr ein bisschen Zeit in vernünftige Suchwörter investiert, damit ihr nicht lauter Nachrichten bekommt, die gar nichts mit eurer Organisation zu tun haben. Ich empfehle, sucht nach eurem Geschäftsführer und sucht nach eurem Organisationsnamen, aber in Kombination mit wichtigen Aktivitäten, die ihr sonst durchführt. So bekommt ihr einen ganz guten Überblick darüber, was online über euch gesprochen wird. In diesem Kurs habt ihr jetzt gelernt, warum NGOs Social Media für die Kommunikation mit ihren Unterstützern nutzen sollten, wie sie das tun können und welche Kanäle für welche Themen besonders geeignet sind. Wer jetzt schon ganz neugierig ist und tiefer einsteigen möchte, der kann sich in unserem Leitfaden Social Media für NGOs schlau machen oder sich von den zahlreichen Fallbeispielen im Trendreport inspirieren lassen. In unserem nächsten Kurs geht es darum, was ihr beim Posten und Twittern ganz genau beachten müsst.